Du möchtest endlich auch mit deinem Mountainbike solche coolen Trails fahren und dich dabei sicher fühlen? Dann solltest du nach dem Intro das Video gucken, denn da zeige ich dir drei essentielle Punkte, damit du sicher auf deinen ersten Mountainbike-Trails unterwegs bist. Hi, ich bin der Marc von der Bikeschule Rock My Trail. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte dir heute drei essentielle Schritte zeigen, damit du einfach sicher vorbereitet bist, wenn du zum ersten Mal in den richtigen Mountainbike-Trails fahren möchtest. Als erstes gucken wir uns die Grundposition an. Dafür ist wichtig, dass du beide Zeigefinger als Bremsfinger dran hast. Die Kurbeln sind waagerecht, Schokofuß ist vorne, Ferse sind leicht abgesenkt, du stehst aufrecht und bist im Lot. Das Load über dem Tretlager, also Körpergewicht, ist ungefähr Bauchnabelregion und Gewicht vom Fahrrad, der Schwerpunkt ist ungefähr das Tretlager beim E-Bike, da wo der Motor ist. Dass diese beiden Punkte im Load zueinander stehen, ist einer der wichtigsten Punkte beim Mountainbike-Sport. Dafür ist es auch ganz wichtig, dass die Kurbeln waagerecht sind, also dass du einen Fuß vorne, einen Fuß hinten hast, sodass du einfach auf einer Ebene stehst. Es ist als Zusatzpunkt völlig egal, ob du den linken oder rechten Fuß hast, jeder hat da so seinen Schokofuß. Wenn du das Load richtig genommen hast oder getroffen hast, merkst du, dass du am Lenker weder ein Druckgefühl an den Händen hast, noch ein Zuggefühl. Die Hände sind eher sehr locker, dein Körpergewicht wird über die Pedalen gehalten, über deine Füße wird einfach die Kraft in das Fahrrad gerichtet. Wenn du das spürst, bist du auf jeden Fall in dem Load über deinem Rad. Der zweite wichtige Punkt, bevor du in den Trail einbiegst, ist, dass du deine Bremsen richtig kennenlernst und so ein Gefälle hier, so wie ich jetzt gerade auch, schön dosiert runterrollen kannst. Wie habe ich das gemacht? Oben gestartet oder wenn du im Trailfluss drin bist, dann siehst du, okay, es geht immer mehr bergab auf dem Trail. Das ist ja das, was Spaß macht. Kannst du dir merken, wenn es bergab geht, dann gehen auch wir mit unserem Körpergewicht im Load mehr nach unten. Einfach, damit wir ein bisschen mehr körpereigenen Federweg zur Verfügung haben. Wir können also mehr über dem Fahrrad arbeiten. Jetzt zurück zum Bremsen. Wir haben, wie bei der Grundposition geklärt, beide Finger, also beide Zeigefinger, beide Bremsfinger an den Bremsen. Du hast gute Scheibenbremsen an deinem Rad. Die können wir jetzt nutzen. Wir rollen runter, Fersen sind unten. Beide Bremsen sind schleifend. Das heißt, wir nutzen beide Bremsen, Vorderrad- und Hinterradbremse, möglichst von den Hebeln, von der Kraft am Finger gleichmäßig. Wir ziehen die, dass sie schleifen und so können wir dosiert mit rollenden Rädern bremsen und so ein Gefälle einfach ganz sicher und dosiert runterkommen. Kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner. Das heutige Video wird von unserem Partner Platzangst unterstützt. Ich habe heute die echt coole Enduro-Hose, die kurze Hose von denen an. Hatte ich jetzt schon, keine Ahnung, wie oft beim Alpencross an, bei Kursen, bei dem Wetter perfekt. Du kannst die super ohne Kniepads, aber auch ausreichend Platz für mit Kniepads, also das, was wir alle haben wollen. Du hast Reißverschlusstaschen, damit dein Handy und dein Haustürschlüssel immer sicher dabei sind. Und ich habe heute atmungsaktive Socken an. Auch das, schwitzige Füße kennen wir alle, riecht ein bisschen streng. Das kannst du dir ersparen. Wenn du unten einmal Platzangst.de, check das aus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Klamotten shoppen und viel Spaß mit dem Video. Eigentlich kannst du jetzt schon richtig gut Trails fahren. Ich möchte dir im dritten und letzten Punkt aber noch den Notabstieg zeigen, falls mal bergab eine Situation kommt, die vielleicht nicht normal für dich ist. Wenn du jetzt so ein Trail wie hier oben runterkommst und du kommst zu einer Gefahrensituation, ich habe dir das mal hier mit den roten Hütchen, also die blauen Hütchen sind so der Trail und rot ist einfach so eine Gefahrensituation. Du kommst da hin und sagst, ach, boah, nee, das traue ich mir noch nicht. Ein Drop, keine Ahnung, Baum umgefallen, irgendwas, irgendeine Situation, die im Wald einfach mal auftreten kann, ohne dass die geplant war. Wenn du da hinkommst, kann ich dir den Notabstieg sehr ans Herz legen, weil der dich einfach sicher wieder auf den Boden zurückbringt, ohne dass du in eine doofe Situation kommst. Wie kannst du den machen? Du hast die Finger an der Bremse, du bist eh tiefer. Du bremst auf den Punkt runter, versuchst also quasi vor dieser Gefahrensituation wirklich stehen zu bleiben, auf null runter zu bremsen. Und dann setzt du einen Fuß nach hinten, stehst sicher, hast immer noch die beiden Bremsen in der Hand, dann den anderen Fuß nach hinten, lässt dann Stück für Stück den Lenker los, hältst dich am Sattel fest und stehst einfach sicher hinter dem Fahrrad, raus aus der Gefahrenzone, mit beiden beiden wieder auf dem Boden. Dabei ist es auch wirklich egal, erstmal für dich, für die Situation, mit welchem Fuß du zuerst nach hinten gehst. Wenn du es aber richtig lernen willst, dann kann ich dir nur ans Herz legen, nimm den Fuß als erstes nach hinten auf den Boden, welcher bei dir eh der hintere ist. Also in meinem Fall, ich zeige dir das gerne auch nochmal, ich habe einen rechten Fuß als Schokofuß vorne, würde ich also den linken Fuß nach hinten als erstes vom Pedal nehmen, einfach damit die Gefahr nicht so hoch ist, dass wenn ich den vorderen Fuß als erstes wegnehme und hinten ist immer noch Belastung, dann kann das vordere Pedal einfach sehr schnell mit sehr viel Energie nach hinten kommen. Und ich glaube, du weißt genauso wie ich, dass so ein Flat-Pedal oder auch ein Klick-Pedal, falls du Klick fährst, im Schienbein, das ist wirklich ein Schmerz. Ich glaube, jeder Biker kennt den. Wenn du das vielleicht jetzt auf dem Sofa siehst, denkst du, ah, tut direkt weh. Das kann man vermeiden, indem du einfach erst den hinteren Fuß nach hinten nimmst und dann den vorderen. Das sind die drei wichtigsten Punkte, die du draufhaben solltest, bevor du in deinen ersten richtigen Mountainbike-Trail einbiegst. Es gibt natürlich noch tausend andere Fahrtechnik-Inhalte. Die kannst du natürlich bei unseren Fahrtechnik-Videos sehen oder im besten Fall besuchst du uns mal in einem Kurs. Hier unten kommst du zu den Kursen. Hier kannst du den Kanal abonnieren, falls dir diese Videos gefallen haben. Und ich gehe jetzt den Trail hier fahren. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben.